Regierungsbildung in den Niederlanden. Viele Versprechen, wenig. Regierungsbildung in den Niederlanden. Viele Versprechen, wenig Taten. Die Regierungsbildung in den Niederlanden steht seit einigen Monaten im Fokus der europäischen Politik. Nach den Wahlen im März 2024 ist es den politischen Parteien des Landes noch nicht gelungen, eine stabile Regierung zu bilden. Die Niederlande, bekannt für ihre komplexe politische Landschaft mit einer Vielzahl von Parteien, stehen vor erheblichen Herausforderungen, eine Einigung zu erzielen. Ein wesentlicher Akteur in dieser politischen Auseinandersetzung ist Gerd Wilders, der Vorsitzende der Partei for the Freiheit, PVV. Wilders ist kein Unbekannter auf der politischen Bühne der Niederlande und in Europa. Seine Partei, die für ihre kritische Haltung gegenüber Immigration und der Europäischen Union bekannt ist, hat bei den jüngsten Wahlen erhebliche Zugewinne verzeichnet. Wilders und seine PVV haben versprochen, die Niederlande wieder den Niederländern zurückzugeben, wie es in ihrer Wahlkampagne hieß. Dabei gehöre es zu den zentralen Anliegen der PVV, die Einwanderung rigoros zu beschränken und die EU-Mitgliedschaft der Niederlande infrage zu stellen. Diese Stellungnahmen spiegeln eine populistische und nationalistische Agenda wieder, die jedoch in der auf Konsens und Kompromiss ausgerichteten niederländischen Politiklandschaft Schwierigkeiten bereitet. Verhandlungen und Herausforderungen. Die letzte Regierungskoalition unter Mark Rutte war eine fragile Allianz aus vier Parteien. Nach ihrem Zerbrechen im Januar 2024 sind die anhaltenden Verhandlungen zur Regierungsbildung ein Kraftakt geworden. Nach den Märzwahlen kamen nicht weniger als zwölf Parteien in die Twedekammer, das niederländische Unterhaus. Mit einer derartig zersplitterten politischen Landschaft stellt sich die Frage, wie eine handlungsfähige Regierung gebildet werden kann. Die etablierten Parteien wie die Volkspartei vor Freiheit in Demokratie, VVD, die Christendemokratisch Appell, CDA und die Demokraten 66, D66 befinden sich in einer schwierigen Position. Zwar haben sie zusammen eine Mehrheit, jedoch sind ihre politischen Positionen oft unterschiedlich und gelegentlich sogar gegensätzlich. Besonders die Positionen zur Klimapolitik, zur Einwanderung und zur Wirtschaft stellen Knackpunkte dar. Gerd Wilders hat in dieser Gemengelage mehrfach betont, dass seine PVV bereit sei, in eine Koalition zu treten, jedoch nur unter Bedingungen, die seine politischen Kernanliegen berücksichtigen. Dies ist jedoch eine hohe Hürde für viele andere Parteien, die Wilders scharfe Rhetorik und seine Forderungen nach einem Nexit, dem Austritt der Niederlande aus der EU, ablehnen. Die Rolle der EU und der internationalen Gemeinschaft. Die Europäische Union beobachtet die Entwicklungen in den Niederlanden mit großem Interesse und auch mit Sorge. Ein möglicher Regierungswechsel hin zu einer stärker EU-kritischen Regierung könnte weitreichende Konsequenzen nicht nur für die Niederlande, sondern für die gesamte Union haben. Besonders nach den turbulenten Brexit-Verhandlungen möchten viele EU-Staaten eine Wiederholung eines solchen Szenarios vermeiden. Die internationale Gemeinschaft, darunter insbesondere die Nachbarländer Deutschland und Belgien, sind ebenfalls an einer stabilen niederländischen Regierung interessiert. Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den Niederlanden und den anderen EU-Staaten erfordern Stabilität und Berechenbarkeit in der niederländischen Politik. Ein längeres politisches Vakuum könnte Unsicherheiten in der Region verstärken. Gesellschaftliche Reaktionen und Meinungen In der niederländischen Gesellschaft sind die Meinungen über die anhaltenden Regierungsverhandlungen geteilt. Ein Teil der Bevölkerung unterstützt die harte Haltung von Wilders und sieht in ihm einen politischen Außenseiter, der das Establishment herausfordert. Sie schätzen seine direkt formulierten Positionen und setzen Hoffnungen auf eine Regierung, die sich stärker nationalen Interessen zuwendet. Ein anderer Teil der Bevölkerung fürchtet jedoch genau diese Entwicklung. Besonders die Unternehmer und Arbeitnehmer, die von stark integrierten europäischen Märkten profitieren, sind besorgt über die Anti-EU-Tendenzen der PVV. Auch Minderheiten und soziale Initiativen, die von einer offenen und liberalen Politik profitieren, stehen den Forderungen der PVV kritisch gegenüber. Die Medienlandschaft in den Niederlanden spiegelt diese gespaltenen Meinungen wider. Während einige Medienhäuser, insbesondere jene mit einer eher konservativen Ausrichtung, die Forderungen von Wilders unterstützen und verbreiten, plädieren andere für eine moderatere, konsensbasierte Politik. Diese differenzierten Darstellungen führen mitunter zu einer Polarisierung der öffentlichen Debatte. Mögliche Szenarien und Ausblick Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend dafür sein, ob und wie eine neue Regierung in den Niederlanden gebildet werden kann. Es gibt mehrere mögliche Szenarien, die eintreten könnten. Eine breite Koalition. Um die politischen Differenzen zu überbrücken, könnten mehrere etablierte Parteien wie die VVD, CDA und D66 eine breit angelegte Koalition bilden. Dies würde jedoch erhebliche Kompromisse auf allen Seiten erfordern und könnte zu einer eher instabilen Regierung führen. Eine Minderheitsregierung. Eine andere Möglichkeit ist die Bildung einer Minderheitsregierung, die jedoch auf die Unterstützung oder zumindest die Tolerierung durch andere kleine Parteien angewiesen ist. Dies könnte zu einer pragmatischeren, aber auch zu einer weniger durchsetzungsfähigen Regierung führen. Frühere Neuwahlen. Sollte keine Einigung in Sicht sein, könnten die Niederlanden erneut Neuwahlen abhalten müssen. Dies wäre jedoch kostspielig und könnte das Vertrauen der Wähler in das politische System weiter untergraben. Unkonventionelle Allianzen. Es ist auch denkbar, dass unkonventionelle Allianzen gebildet werden, die bislang als unwahrscheinlich galten. Beispielsweise eine Koalition unter Einschluss der PVV, falls andere Parteien bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Die politischen Akteure stehen vor der Herausforderung, eine Regierung zu bilden, die die Bevölkerung effektiv repräsentiert und zugleich handlungsfähig ist. Dabei müssen sie nicht nur die Binnenpolitik in den Blick nehmen, sondern auch internationale und europäische Verflechtungen berücksichtigen. In jedem Fall wird die Regierungsbildung in den Niederlanden europaweit beobachtet werden. Die Weichen, die jetzt gestellt werden, könnten langfristige Auswirkungen auf die niederländische und europäische Politik haben. Ein Erfolg bei der Bildung einer stabilen Regierung könnte das Vertrauen in die demokratischen Prozesse stärken und zu einer beruhigten politischen Landschaft führen. Ein Scheitern hingegen könnte zu einer weiteren Polarisierung und Unsicherheit führen. Die nächsten Wochen werden daher von entscheidender Bedeutung sein und die niederländische Bevölkerung sowie die internationalen Beobachter erwarten gespannt die Entwicklungen. Es bleibt abzuwarten, ob die vielen Versprechen der politischen Akteure letztlich in konkrete Taten umgesetzt werden können. Autor Anita Farke, Freitag, 17. Mai, 24.